Hey yo zusammen, herzlich willkommen zu Let's Play The Hat der Ringe, die Schlachtmittele, L2 Aufstieg, der 6. Königsringkrieg mit Orks. Aufnahme läuft, gut. So, diesmal keine Überblendung und nichts, weil, bleh, ähm, Sound ist da, ja, ok. Weil, ähm, ich hab versehentlich die ganzen Safestats gelöscht gehabt. Zum Glück hab ich den, konnte ich den wiederherstellen, war noch im Papierkorb, Glück gehabt. Aber ich muss da künftig tausendmal vorsichtiger sein. Dieses Hin- und Hergeswitchen mit von 201 auf Edain auf 202. Ah, schlimm. Sehr nervig. Ich werd, brrrr, ich, ich weiß noch nicht, wie ich's mach. Ähm, ja, keine Ahnung, maschinen. Aber, wir sind da, wo wir waren. Wir haben die 4 Orkbogenschütze mit Feuerpfeilen behalten, das weiß ich noch. So, leg mir noch kurz die Uhr hin für den Timer, wuhu. So, passt. Wir haben irgendwo hier, glaub ich, gewonnen. In Minas Mawu. Nice. Nächste Schlacht, Erebor. Warum ich mir das aufgehoben hab, ums mir jetzt anzutun, ich, ich hab keine Ahnung. Eigentlich will ich das gar nicht. Hier hab ich auch verloren, irgendwann mal. Das sieht schlecht aus. Das geht. Minas Tirit wird verloren werden. Hier komm ich kein Stück weiter. Ähm, ja. Wie soll ich das gewinnen? Was hab ich eigentlich noch? Hier hab ich schon... Ah! Ich glaub, einer meiner Pläne war es, mit Drogoth irgendwie nach Kandum zu kommen. Das kann ich voll vergessen. Eigentlich wollte ich ja hier auch runter über, über, äh, Nachhelmsklamm. Ja, Ripp werde ich nicht hinkriegen, ne? Aber gut, wir, wir beißen uns durch. Fight, fight, fight. Boom, boom, boom. Ich weiß nicht, ob ich da einfach aufgeben soll, damit er keine Truppen bekommt. Oh. Wie, wie, wie soll ich vier Leute, vier gegnerische Völker besiegen auf einer Festungskarte, die keine Festung ist? Weil der Erebor ist keine Festung, der Erebor ist Schwachsinn. Sorry. Aber okay. Ah, ich baue ne Kluft. Ich hab den ungezähmten Verbündeten. Ich hab die Dunkelheit. Ah. Ich hab das und ich hab den Wurm. Okay. Das ist mein Setup. Kann ich was ausbilden? Nein. Ähm. Ich kann mir hier einen Held holen. Der überlebt das eh nicht. Nee, ich kann mir nicht holen. Ich hab das Geld nicht. Ich hab das Geld nicht. Ich darf mir nicht leisten. So. Sehr nervig, aber ist so. So. Ausbilden. Go. Sorry. Das muss ich einstellen. Das mache ich in letzter Zeit einem viel zu oft. Das ist schlimm. Das ist nicht gut. Okay. Ich versuch, ich gelobe. Ersterum. Ja, ist wirklich schlimm. Wenn man daheim die ganze Zeit rumgummeln kann, dann ist das sehr nervig. So, ich hab mir natürlich das gegnerische Line-Up nicht angeschaut, weil ich dumm im Kopf bin. Deswegen weiß ich nicht, brauche ich jetzt Schwerträger oder nicht. Ja. Guess what? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich hab' keine Ahnung. Hier, vielleicht? Jetzt? Ich hab' keine Ahnung. Ja. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung. den brauche ich so raus da kommt das ist nur das katapult das kann ich ignorieren vielleicht so laufen 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 die muss ich zerstören das ganz wichtig ich bekomme noch meine jetzt leute muss gut diesen tod macht aber nichts das ist wichtig ja ich krieg ein baumeister das ist mal so wo geht es weiter ich habe von diesem berg keine ahnung man laufen die immer noch den baumeister ich kotze ab gibt es hier irgendwo türme die ich besetzen kann dann töten töten da hat es einen turm da gehen wir jetzt rein wir sind nicht fertig aber du kannst mal weggehen für mehr zeug eigentlich solltet ihr da reingehen aber in den lasten feuer trocken der ist ganz gut für mich als baumeister ich bin sehr langsam aktuell auch hier ein bisschen mehr hilfe an der front was hatten wir da so ich bekomme endlich den feuer drach den behalte ich auch für mich doch kannst du was ich hier so krass verliert ist natürlich bitter aber wo ist könnt ihr bitte dass da wieder ein es sind vier gegner das ist vor nähe ok ok das überlebt das weiß ich nicht wie ich schaffte das geht es kaputt und feuer drachen habe ich aber noch ich schon mal etwas ach das ist der hexenkönig ich dachte es wäre irgend so ein blutkopf hammer ok ich muss halt irgendwie darunter kann man das kann man das schaffen hier kommt schon ich starb der hexenkönig ist es halt schon krass ja aber der feuerbrach macht er schon guten schaden so ein bisschen dunkelheit ein bisschen hilfe hammer das oder stirbt der drache jetzt noch ok überlebt das knapp aber überlebt er zieht sich zurück bitte danke so dann das 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 da alle raus den kriege ich nicht ok der drache regeneriert das ist sehr wichtig so hier raus sollten sie schaffen können das hätte ich gern wieder zweiter baumeister zack 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 so ungezählte verbündete gibt es nicht mehr das ist schlecht na komm jetzt wieso ist das hier offen der drache muss wieder abhauen dem und um den muss ich mich kümmern der ist wichtig der ist wirklich wichtig so ich brauche mal schnelleren kram danke bitte auch das da einnehmen da wollte jetzt nichts bauen da ist noch ganz gut ich hoffe das funktioniert wenn ich habe ich ein problem ok so da kommen reiter sollten aber nicht viel schaffen können das gehört mir den töten drache bleibt wo er ist so ja ich muss dadurch der drache ist halt wichtig den würde ich gerne behalten wenn es irgendwie möglich wäre weil mich die dunkelheit noch ab geht's unbedingt vergiften so der drache der ist gefährlich so hier kommt es mal wo ich hätte vielleicht da unten tun sollen aber bis wie es ist so ok könntest du dahin gehen das war super die nolder krieger sind halt ein problem das ist auch nicht so super was ist da unten jetzt eigentlich los der drache muss weg der drache muss weg der drache muss weg der muss unbedingt weg so das machen wir jetzt mal auf wir haben da unten schon so ein bisschen krams die haben da unten aber sehr viel krams das ist nicht gut ja es ist halt schon sehr viel kram wundert mich dass ich gerade keine musik habe ist natürlich nicht so super so dunkelheit kommt wieder durch ich habe eine kleine truppe hier ist schon mal gar nicht so schlecht aber wenn ich es nicht gewinnen kann bringt mir das nichts ein gast hast du besetzen wäre nice gewinne ich das hier oder vielleicht habe ich auch noch eine chance dass ich keine musik habe nervt mich wirklich das passt der drache macht das ja irgendwas kämpft ihr da der drache macht das noch runter muss ich runter muss ich ja ne nochmal na los lauft die laufen halt nicht ja oh meine fresse wo ist der drache der muss sich noch ein bisschen regenerieren wo ist der tom schafft ihr den crash noch irgendwann da ist ein tom bomber ja das sieht schlecht aus ich kriege halt keinen beiwahrung mit zusammen keine ahnung wie ich das gewinnen soll ich finde es überhaupt heftig dass ich noch am leben bin aber auf dauer wird das nicht ich habe ja keine helden ich bräuchte auch schatzlage und so aber ich kann es mir nicht leisten ich bin noch immer nicht max out der drache ist nice aber schweiz drauf die stadt da halt da noch hin ist das geräusch gefällt es ist ganz lustig ist zu probieren ich sehe aber nicht wo ich das bitteschön gewinnen soll also bei aller liebe ja das sollte da rein und dann so sein ich kann da nichts machen der wurm ist nice aber es lassen wir es gut sein das ist sonst einfach da schaut euch die niemand an keine chance keine chance nicht nicht so sorry es halt schwer ja unser reich wird immer gut passiert hey und vielen dank fürs anschauen des videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den daumen rauf button habt ihr irgendwelche wünsche feedback oder vorschläge lasst es mich in den kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen kanal abonnieren um kein video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien tag macht's gut und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020